Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war Archie Gaming, Flop am Start, heute mit einem neuen SPC-Video, aber vor allen Dingen neuen Team Nummer 2 zur Fire vs. Eisprobe. Außerdem neue SPCs, wir haben Javi als Feuer und einmal Javi als Eis-Version als SPC am Start, die Frage, top oder flop? Außerdem gehen wir hier in dem XXL-Video heute Freitag wieder in Packs, wir gehen in Player Packs, werden gucken, dass wir schon mal ein Team-2-Spiel auf jeden Fall heute ziehen. Wir gehen rein in die Ziele, wir gehen rein ins Tor, schauen uns alles an, was neu rausgekommen ist. Insofern würde ich sagen, lasst uns keine Zeit verlieren und reingehen und Abfahrt ins Video. Wenn ihr es feuert, das täglich für euch am Start bin, Freunde, daily für euch hier auf dem Channel, lasst sehr, sehr gerne Liebe da, Support ist kein Wort, das stellt euch den Like-Button, gerne kostenlos einmal die Glocke aktivieren und auch gerne nicht vergessen, einen Kommentar zu hinterlassen mit eurem Pack-Puls und eurer Meinung zum heutigen EA-FC-Content. Ja, Freunde, und damit starten wir rein, bevor wir in die SPCs gehen, erstmal mit einer interessanten, in Anführungsstrichen, kleinen, feinen Fail von EA. Denn, Achtung, Freunde, wir haben und zwar folgenden Loading-Screen neu am Start, das ist Team Nummer 2. Wir haben Rodri, wir haben Rashford, wir haben Renard, wir haben Rüdiger, hier unter meiner Facecam haben wir Lawrence am Start als Ice-On-Fire-Version, und dann haben wir Sanchez, dann haben wir Tomori, dann haben wir Joe Felix, alright, dann haben wir Kumau am Start, wir haben Rich Charleston, wir haben Gakbo und am Loading-Screen haben wir Alex Telles am Start, ganz unten als 86er-Grade-Feuer- und Ice-Version. Und das Problem ist, wenn wir uns anschauen, was hat die AFC gepostet gerade, und zwar eben hier, seht ihr unten, einmal Günther, beziehungsweise hier als Feuer-Version, und zwar anstatt Telles haben sie Günther gepostet. Die Frage ist, wer ist jetzt in PAX, Günther oder Telles? In-Game wird auch Telles angezeigt, heißt im Loading-Screen und offiziell auch im Menü, aber der offizielle Post sagt Günther, das heißt, es könnte sein, oder das sieht aktuell natürlich davon so aus, dass eben entweder Günther oder eben Telles im Menü-Release ist und hier jetzt quasi ein kleiner, feiner Fail um die Ecke gekommen ist. Ich weiß nicht, ob wir dann direkt PAX wieder gut geschrieben bekommen oder sowas in die Richtung, aber es ist schon sehr, sehr weird. Der offizielle EA-Post auf Twitter sagt hier folgendes, und zwar, dass wir Günther in PAX haben, wenn wir aber in-Game reingehen, haben wir nicht Günther am Start, sondern eben Telles, ja. Sowohl 16 Feuer, ähm, beziehungsweise was heißt 16, äh, insgesamt haben wir 12 oben und 12 unten an Feuer- und Ice-Version. Und die A schreibt folgendes, das Kräftemessen geht eben weiter, der Schlagabtausch zwischen Team und Feuer wird mit Versus Team 2 fortgeführt, ja. Ja, jedes eigenen einzigartigen Playstyles, ähm, und dann haben wir Rating-Boost, Positions und natürlich auch weitere Upgrades hier am Start. Gucken wir uns alles gleich auch in Detail an, die jeweiligen Upgrades natürlich vom Team selber, gehen auf die offizielle EA-Seite und schauen uns natürlich auch gleich alles weitere Konkrete dazu an. Werden hoffentlich herausfinden, wer jetzt davon in PAX ist und warum da dieser kleine, feine EA-Fail mal wieder am Start ist. Also visuell haben sie es leider nicht gebacken bekommen. Ja, als zweites, Freunde, bevor wir reingehen in den Content, frage an euch, waren eure Server heute auch so maximal lost? Also ich weiß nicht, was da heute los war, aber heute Mittag, äh, Nachmittag, in diese Richtung, Freunde. Äh, ich weiß nicht, ob es heute Morgen auch schon der Fall war, aber die Server waren ja mal maximal bodenlos. Ich weiß nicht, ob ich damit allein war, lass mich gerne auch mal dazu wissen. Also, fangen wir erstmal an. Refresh hat die Draft-Token-Upgrade-SBC, ja. Refresh hat auch die 83-plus-Team-of-the-Week-Player-Pick-Geschichte, da jetzt eben Team-of-the-Week-17 mit drinne. Kämmer vom Freitag, wir gucken uns gleich an, eine 88er-Grade-Karte. Dann Refresh die Bronze-Silber-Geschichte, etwas früher gekommen, ist aber schon die P.O.T.M.-Geschichte von Slaky und Pulisic. Deshalb wollte ich die erstmal euch vorweg zeigen. 30 Tage sind die da. Die Frage, die im Raum steht, ist, lohnen sich diese beiden SBCs? Ihr könnt jetzt wieder auf Evos eingehen. Ja, Pulisic kann man, glaube ich, auf 89 zum Beispiel maximal mit Evo upgraden. Gucken wir uns aber kurz an. Zulengi haben wir am Start und zwar ein Segment, was wir abgeben müssen. Das Segment ist ein saftiger, 86er-Grader-Squad für eine Zulengi-Karte mit 3-Stern, 4-Stern. Hochmittel-Arbeitsraten weiß ich jetzt nicht, um ehrlich zu sein. Der Schuss sieht relativ leise aus, wir haben an 99er Ausdauer, 99er Kopfhörpräzision. Hm, gebe ich dafür einen 86er-Grader-Squad ab? Ich weiß es nicht. Fünf Segmente oder Playstyles haben wir am Start. Powerschuss, Power-Kopfball-Plus, dann haben wir Flair, wir haben akrobatisch und in der Luft. Gut, weiß ich in sich, werden wir gleich weiter bei Football besprechen. Dann Pulisic, sogar saftige 3-Segmente. Da gehen wir direkt rein. 83er, 84er und 85er, Achtung, mit einem Team of the Week. Sieht auch saftig aus. Und dann haben wir folgende Stats. Wir haben Forster, Forster natürlich auch gleich geblieben. Er kann rechts wie links spielen. Und dann haben wir diese Stats am Start. Weiß ich jetzt auch nicht. 3 Segmente dafür, meiner Meinung nach ein bisschen Overkill. Hier auch 5 Playstyles mit am Start. Und eben Schler-Schritt-Plus aufgrund des Tempos. Hm, schwieriges Ding. Die P.O.D.M. ist heute auf jeden Fall vor 19 Uhr gekommen, um das Ganze komplett zu machen. Dann eben jetzt um 19 Uhr. 83 plus Team of the Week. Playback-Geschichte. Da dürfte nichts Neues sein. Ist auch richtig. Bleibt alles identisch von den Ratings her. Und dann haben wir im Javi. Letzte Woche hatten wir Sterling. Jetzt ebenfalls 88er Rating. Und das war für mich eigentlich heute der wichtigste Punkt. Welches Rating hat diese Karte? Und wer wird's? In dem Fall ist es jetzt Javi geworden. Und es ist eine 88er-Gewelte Feuer- wie auch Eis-Version. Wir sehen aber auch hier 3 Segmente. Wir haben 20 Tage. Also sprich fast quasi 3 Wochen Zeit, um diese SBC zu machen. Heißt also im Umkehrschluss, ja, Richtung, während Team of the Year können wir eben diese Javi SBC machen. Denkt dran, vorm Team of the Year wird zu 99,9% eine Totti-Warm-Up-Geschichte natürlich noch kommen. Das heißt, da wird es schon, ja, sehr, 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 sehr simpel sein, wahrscheinlich Futter anzusammeln und anzusparen. Natürlich dann hingehend eben zum Team of the Year. Das bitte nicht vergessen. Gucken wir uns aber erstmal an, was müssen wir denn abgeben? Einmal 84er-Grader Squad, 86er und dann 87er. Interessant, wir haben keine Bedingung, was Team of the Week sagt. Und dann haben wir hier bei der Eis-Version 84, 86, 87. Das heißt, 84, 86, 87 bei beiden am Start. Da alles identisch, nur halt die Karten unterschiedlich. Einmal haben wir am Start 5-Stelle, 4-Stelle hoch, hoche Arbeitsraten. Bei der Javi-Karte Feuer, die sieht schon mal sehr, sehr nice aus. ZOM-Liegerflügel und ZOM. ZM, ZOM-Liegerflügel mit, ja, Ausdauer bei 90. Ruhe-Stat ein bisschen low. Der Rest der Driflinge-Sätze sieht brutal gut aus. Der Schuss ist ein bisschen weird. Na gut, ich meine, offensiv, der hat ZOM-Liegerflügel mit drin. Hm, Tempo dann vielleicht ein bisschen weird. Flanken dann nur bei 79, wenn ich überlege, den als linken Flügel zu spielen. Schwierig. Und dann als ZM, also von den Stats her, also der ist mal hier und da ein bisschen low-rated. Klar, kurzer Pass bei 96, 94 langer Pass, liest sich alles schön und gut, Übersicht auch. Dann haben wir halt 8 Spielstile, das ist krass, das ist krass. 8 Spielstile, müssen wir im Vergleich mal, was er sonst vorher hat. Wie viel Spielstile. Und dann haben wir hier bei Javi die Eiskarte. Da hat das Ganze quasi, glaube ich, einmal geswitcht, 4-Stelle, 5-Stelle. Hier waren es 5-4, genau. So, okay, hoher Arbeitsrat auch hier. Gleiche Position auch hier am Start, interesting. Ruhe-Stat auch bei 80. Wait, what? Warte mal gerade. 84, 76 zu 78. 89, 91. Ist quasi geswiped, dribbling und passend. Dann haben wir 80 Dev. Minus zwei Unterschiede. Und Physis ist auch gleich. Also, Freunde, das sind Nuancen, das sind ja... Und 8 Spielstile auch hier dabei, aber unterschiedliche. Hm. Keine Ahnung, Freunde. Also, mein erster Eindruck weiß ich jetzt nicht. Mein erster Eindruck sagt mir, mal gucken. Na ja, das auf jeden Fall erstmal zu den SPCs, die neu sind. Weiter gehen wir gleich bei Football natürlich dann konkreter auf das Ganze ein. Als nächstes will ich mit euch gemeinsam, wo wir uns heute keine Push-Daricht bekommen, heißt kein Free-Pack oder sonst was in die Richtung, finde ich ein bisschen weird. Und unter mir seht ihr, wir haben Rashford am Start und natürlich Rüdiger als einer der Besten auf jeden Fall. Das können wir so schon mal sehr grundsätzlich sagen. Und dann gehen wir zu dem Ziel und gucken, was da Neues mit am Start ist. Klar, im Live-Tab haben wir. Und zwar Tagesspiele wieder am Start. Vier Tage. Wohlgemerkt. Und das Ganze hier auf drei Spiele. Ups. Das Ganze hier auf drei Spiele. Das heißt, einmal kann man es quasi vergessen. Genau. Drei Abschlüsse. Drei Spiele. Also da drei Tage zeigen. Dann aber Jeremy Boga am Start. Wieder, Achtung, eine Story-Karte. Ich habe es letzte Woche schon gesagt. Ich weiß nicht, warum sie dann die Story-Karten mit reinballern. Jetzt haben wir als SPC auch quasi nur am Freitag immer eine Feier-in-Eis-SPC gesehen. Mit Sterling. Jetzt eben mit Javi. Sonst immer Moments-SPC, wie zum Beispiel mit Neves und so weiter und so fort. Warum? Wieso? Weshalb? Weiß kein Mensch. Aber sie haben es auf jeden Fall inkludiert in die Fire-in-Eis-Geschichte. Ich hätte es ja geiler gefunden, wenn wir dann in dieser Ziel-Objective-Geschichte einfach auch eine Feier-Eiskarte gehabt hätten, die wir uns dann hier schön freispielen können. Wäre auf jeden Fall meiner Meinung nach nicer gewesen. Aber es ist jetzt eben so, wie es ist. Wir haben Boga und natürlich, wie wir es kennen, relativ simpel. Also eine Woche Zeit. Hier können wir wieder reingehen in den Squad Balance entspannt auf Halb-Profi oder in Rivals oder in Champs. Sechs Tore mit League-Or-Profis. Einfach erzielen, kriegen wir 500 XP. Dann präziser Abschluss. Dann müssen wir mit Squad Battles in Rivals und Champs drei Tore durch angeschnittene Schüsse erzielen. Können wir auch entspannt einfach in einem Game machen. Bereite in Squad Battles vier Tore mit Profis mit mindestens 80 Tempo vor. Können wir auch in einem Game machen. Und dann gewinne fünf Partien. Das ist quasi das Maximalbedingung. Und zwar, da haben wir mindestens drei League-Or-Profis in der Startelf drin haben. Das heißt, maximal fünf Partien zocken. Entweder in Squad Battles auf Halb-Profi oder in Rivals oder Champs. Könnt ihr euch in Squad zusammenbauen sozusagen und das Ganze kombinieren. Unter anderem gleich auch mit Evos upgraden. Kommen wir auch gleich hin zu den neuen Evos. Also, wir halten face. Wir bekommen ein bisschen was an Futter-Packs. Ihr seht es. 80x2, 81x2, 82x2 und 83x2 plus 1000 XP. Und den Gruppen-Rewards sind ja nochmal 1000 EP. Also 2000 XP zusammengenommen. Mit eben einer Burger-Karte. Die wir uns hier auch schon mal anschauen können. Wir haben 4-Star, 4-Star, Mittel-Mittele-Arbeitsraten. LM, Mittelstürmer, Stürmer und linker Flügel als Position. Oh, okay. Elfmeter kann er schon mal nicht spielen. Auf jeden Fall der höheren Ruhe-State als Petri. Als Ravi. Sag ich schon Petri. In die Richtung müssen wir auch gehen. Ja, interessanter Move auf jeden Fall. Interessanter Move von EA. Den rauszornen hätte ich jetzt ehrlich nicht mit gerechnet. Ravi und in den Zielen haben wir jetzt einfach Boga draußen. Okay. Nehmen wir auf jeden Fall einfach mal so mit. Deck für eine Object-Cliff-Karte. Können wir damit auf jeden Fall arbeiten. Und für 5 Spielstil, die dazukommen, mit Trivella Plus auch nicht schlecht. Also es ist eine schnelle Nummer. Ich würde sagen, einfach mitnehmen. Und vielleicht sogar dann darauf hoffen, dass er in die Emo-Geschichte vielleicht auch jetzt schon passt. Können wir gleich mal gucken bei Footbin. Das wäre natürlich auch sehr, sehr witzig. So, Seasonal auch nichts Neues. Meistern nichts Neues. Und natürlich Grundlagen auch nichts Neues. Haben wir das. Zack. Auch einmal abgehakt. Ja, dann habe ich es eben erwähnt, Freunde. Wir haben eben neue Evolutions auch am Start. Da wie immer morgen Mittag. Und zwar um 13 Uhr. Ein separates Video, wo wir uns on Detail anschauen. Die Top 5, Top 10. Die besten Evolution-Spieler in der neuen Geschichte, die am Start sind. Und ich könnte euch schon mal vorwarten, da gibt es einige als Option. Das heißt, wir können uns natürlich nicht alle anschauen. Aber morgen Mittag wieder das Bonus-Video zu den Evolutions. Könnt euch schon mal darauf freuen. Und heute Abend, wie gesagt, ja immer. Jeden Abend natürlich der neue 7 Uhr-Content hier auf dem Kanal. Falls ihr neu seid, gerne, wie gesagt, einfach ein Abo dalassen. Also, worum geht es um das Gestern-Evento? Und zwar Skill-Booth-Upgrade unter anderem. Spezialbewegungstraining und Schwagerfuß-Training. Das heißt, wir können hier einmal Schwagerfuß und einmal hier quasi Spezialbewegung quasi upgraden. Wenn ich es jetzt richtig sehe. Wir kennen 20 Tage, 27 Tage, was Freischalten und Läuft-Up angeht. Und jetzt wird es sehr interessant. Fangen wir an mit Spezialbewegungstraining. Möchtest du die Spezialbewegung deines Sturmprofis verbessern? Wird da gefragt. Das ist die Gelegenheit, die Werte des Profis zu boosten und dir zudem Playstyles Power-Schuss und Lupfer zu holen. Achtung, folgendes. Maximal 84 Gesamtreining darf die Karte jetzt am Start haben. Maximal 90 Tempo, maximal 84 Schießen, maximal 85 Dribbling, maximal 8 Spielstil. Und Achtung, Spezialbewegung maximal 3. Position, muss eine Stürmergeschichte mit am Start haben. Und dann sehen wir uns hier abgehört kurz mal an. Level 1 haben wir dann. Einfach gewinnen zwei Partien. In Squad Battles, Rival Champs, sehr, sehr easy. Und Level 2 extrem easy. Gewinnen zwei Partien und spiele eine Partie. Auch das wieder maximal easy. Bei Level 1 bekommen wir dann 3 Schuss. Wir bekommen 4 Passen. Wir bekommen 3 Physis und Spielstil haben wir den Power-Schuss mit dabei. Und dann bei Level 2 haben wir Spezialbewegung plus 1. Lupfer, eben Dribbling plus 3, plus 3 Tempo. Und Schuss plus 4. Wir halten also fest eine For-Free-Evolution, die relativ schnell gemacht ist. Wenn wir jetzt auf den Road to Glory mal als Beispiel reingehen, sehen wir direkt Bonnie-Face. Wir sehen direkt Special-Karten, Team of the Weeks mit dabei, Normal-Karten mit dabei, 83er-Gradete hier. Unter anderem, die direkt angezeigt werden. Und wenn wir dann einen runtergehen auf den Schwachfuß-Upgrade, da eben das gleiche quasi in grün, aber eben mit schwachem Fuß, Ruhepol und schneller Schritt eben als Playstyles. Da haben wir maximal 84 das Rating, maximal 89 Tempo, maximal 89 Schießen, maximal 83 Dribbling, maximal 8 Spielstil, maximal 4 Sterne schwacher Füße darfst du haben. Und dann haben wir Position, eben die Stürmer-Geschichte am Start. Auch da wieder alles for free, Level 1 gewinnt, 2 Partien und Spiele 2 und Spiele 1. Easy Game. Schuss plus 3, Passspiel plus 4. Wir haben Dribbling plus 3, Spielstil, Ruhepol und dann eben hier plus 1 auf Schwachfuß. Dribbling plus 4, Tempo plus 3 und plus 3 Füße ist genauso wie auch schneller Schritt als Spielstil. Wir gehen hier auch kurz drauf und sehen auch hier wieder weitere Special-Karten. Bonnie-Face übrigens dann auch hier mit inkludiert. Ja, aber wie gesagt, das gehen wir dann alles on Detail natürlich morgen durch. Wir hatten Festive for Free, Objective-Geschichte oder Evolution-Geschichte, die wir halt erstmal schnell ready to go auf jeden Fall machen können. Interessant wird es dann eben in Bezug auf Kombinationen, gehen wir auch gleich kurz drauf ein. Aber jetzt erstmal würde ich sagen, gehen wir rein und zwar zu den Packs. Es ist die Fire vs. Ice-Probo-Team Nummer 2 in Packs Drille. Wir starten mit den heutigen neu geholten 75 plus Player Picks und wir ziehen direkt mal 88er Reiten. Ja, deshalb habe ich sie behalten, weil ich schon gedacht habe, ja komm, alter, was ist das denn für ein Start? Freunde, das waren 75 plus Player Picks, 88er Reiten und Gürcheres haben wir am Start. Eine Frage, die ich auch schon die Tage gestellt habe, ist für mich immer noch offen und ich bin gespannt, was diesbezüglich nächste Woche Montag kommen wird. Und zwar die Frage, ob noch vor dem Team of the Year, schrägstrich während des Team of the Years, überhaupt Player Picks kommen. Weil, das ist jetzt ein gutes Beispiel, wir haben 75 plus Player Picks geholt, die extrem gut sind. Wenn man die tatsächlich vor dem Team of the Year richtig holen kann, ganz, 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 ganz viele, ja, dann werden sich viele, ganz, ganz viele, ganz viele ready machen und ich werde mir safe auch über 100 plus definitiv ready machen, weil da werden wir 100% dann ein Team of the Year draus ziehen. An dem Beispiel sehen wir es jetzt, also die können selbst 75 plus Player Picks richtig hart gönnen. Aber, jetzt als erst mal, wie sieht es aus mit den Packs? Machen wir kurz mal vorweg hier das Bronze- und das Silber-Pack, damit die einmal weg sind und gucken da kurz rein. Bisschen Platz auf der Transferliste habe ich gemacht. Ich habe euch auch gesagt gestern, dass wir konkret nicht alle Packs öffnen, weil wir das ein oder andere Pack natürlich aussparen. Ihr seht, wir haben jetzt 47 Packs gehabt, mit dem Silber- und mit dem Bronze-Pack am Start. Ja, und wir werden halt, wie gesagt, wie ihr auch, das ein oder andere Pack aussparen, eben dann schon fürs Team of the Year, was dann am 26., was eben nur noch zwei Wochen jetzt entfernt ist, was dann kommen wird. Anfangen wollte ich mit euch und zwar erst mal hier mit diesen ganz normalen Tradable-Packs, ja. Wir haben letzte Woche über 40 Plus-Packs geöffnet und keine, keine einzige Fire-Versus-Eiskarte gezogen. Hier wird es erst mal jetzt Onana, zumindest ein bisschen Rating. Ernsthaft, sogar ganz gut. Äh, 85er Rating, sehr nice. Und deshalb habe ich gedacht, komm, das ein oder andere Pack sparen wir einfach jetzt auf, wenn es, je nachdem, richtig, richtig krass gut ist fürs Team of the Year. Ja, trotzdem will ich natürlich euch freitags immer ein paar Packs auf jeden Fall gönnen. Die Player-Packs haben jetzt ohne Witz richtig gut gegönnt, müssen wir ehrlich sagen. Ähm, und hoffentlich finden wir jetzt herausfinden, wer jetzt eben in Packs und wer eben nicht in Packs ist. Ginter haben wir schon mal als weiteres Futter, der eben wie Günther auch aus Freiburg kommt. Und die Frage ist nur, wait, war er gerade mit, Freunde, warte mal, mit Charleston? Mit Charleston war er auch gelegt, ne? Okay, mit Charleston, haben wir, haben wir gerade in dem Pack gerade mit Charleston gehabt oder habe ich mir das eingebildet? Ja, kann auch sein, dass wir das eingebildet haben, aber, äh, ich wollte gerade sagen, haben wir den gezogen oder nicht? Aber gut, würde ich mir wahrscheinlich gerade eingebildet haben. Die Frage ist, die jetzt konkret da ist, ob wir hier Trail-Packs noch haben und wenn die nicht, ja, welche Packs beöffnen. Vielleicht schaue ich jetzt erstmal hier diese Booster-Packs, ähm, für die Ziele grundsätzlich. Ich sehe auch, bei Footbin ist Günther tatsächlich drin, aber eben nicht Talis, interessanterweise. Naja, werden wir auf jeden Fall gleich herausfinden, wie es dann konkret aussieht. So, Gold-Seltennis-Booster-Pack und ich bin ja eigentlich mal gespannt. Also ihr könnt mich auch mal gerne in den Kommentaren wissen lassen, wie es aussieht, zieht ihr was? Also ich meine, guck mal, jetzt hier, ajajajaja, 88er-Griesmann, da müssen wir eigentlich in der SPC gehen. Ja, auf jeden Fall. So, Freunde, Griesmann ist abgegeben und wir machen weiter mit den Packs. Jetzt hier erstmal wieder das Tradable-Pack am Start. Ein weiteres Bane-IV, bevor wir uns dann gleich Team 2 konkret anschauen. Ajajajaja, einige Sachen wieder drin, zack, alles auf die Transferliste. In Discard und dann wieder rein in die Booster-Packs. Also gar nicht so schlecht, selbst die Booster-Packs können gönnen, müssen gar nicht so schlecht sein. Das haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal festgestellt. So, zack. Tradable beide, yes, sehr gut, zack. Nächstes Booster-Pack, die ist mal wieder die seltenen konkret. Aber sieben Stück dritte. Und, Freunde, Freunde, gib uns die Feier in den Eiskarten, Freunde. Das wollen wir sehen, ajajajaj. Das wollen wir sehen, aber wir wissen, du kannst es, ajajaj. Du kannst es. Das wäre nice. Also, klein, klein. 78 mal 2er. Vielleicht auch hier hinten dran noch Tradle-Packs. Gut, wir haben jetzt hier 83 mal 2er. 30 können ja angezeigt werden. Da kommen die kleinen Packs, können wir eigentlich öffnen auch. Argentinien haben wir gesehen. Gönnt das Gepäck wieder? Nee. Ah, guckt mal, Freunde, wie wir hier haben. Telus haben wir am Start und nicht als Feier in Eis Version, also am Start. Das heißt, der Loading-Screen und das, was ingame angezeigt wird, ist tatsächlich fehlerhaft. Das kann ich euch jetzt nochmal konkret bestätigen, wenn wir mal ein Ding zurückgehen. Zu den Transfers, glaube ich war es. Oder wo war es bei SBCs? Nee, bei Transfers war es. Da sieht es. Alex Telus. Alex Telus, 86er. Ganz unten, hinten, neben Kacko. So, Freunde, und wenn ich jetzt nicht auf Twitter unterwegs wäre, oder sonst bin, was für ein Spiel das reiztieren würde, würde ich jetzt denken, Alex Telus ist in Packs und wenn ich den unbedingt haben will, weil ich CR7 beispielsweise linken will, öffne die Packs und bekomme Alex Telus nicht als Special-Karte, schreit es nach Wiedergutmachung. Sorry. Das schreit nach Wiedergutmachung. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Aber das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler von EA meiner Meinung nach. Und das sollten sie meiner Meinung nach fixen. Ich weiß nicht, wie ihr das Ganze seht. Aber wenn das kein Fehler ist, was ist dann ein Fehler, Friends? Also, sorry. Tell me. Sag's mir. Jetzt denke ich mir, so sollen wir alle Packs öffnen. Das denke ich mir schon. Ja. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt kein Social Media hätte und sonst was, dann würde ich mir jetzt die Frage stellen, hm, okay. Wann gibt es die Wiedergutmachung? So nach dem Motto, ja. Und deshalb ein bisschen weird, was hier los ist. Ich meine, jetzt haben wir den tatsächlich gezogen. Es könnte sein, dass wir den tatsächlich jetzt so nach dem Motto, alle, die den gezogen haben, bekommen die Karte wieder gutgeschrieben. Also, ich habe sie ja jetzt aufgenommen. Ich habe sie jetzt schwarz auf weiß, müsste jetzt eigentlich zu EA schicken und sagen, Hallo, wo ist hier bitte, oh, ist das jetzt auch noch CR7? Nein, 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 Gott, hallo Ramos. Das wäre es auch gewesen, CR7 noch nächstes Mal zu ziehen. Wäre auf jeden Fall auch witzig gewesen. So, ich würde sagen, die beiden kleinen Packs machen wir noch auf und dann gucken wir mal, was hinten dran noch angezeigt wird an Packs. Und da haben wir schon eigentlich eine gute Anzahl an Packs geöffnet. Aber ich denke, dass der ein oder andere, was das betrifft, definitiv irritiert sein wird. Aber ich habe es sonst auch noch nirgendwo was gelesen. Aber das schon ein bisschen irritiert. Das kann man, glaube ich, an dieser Stelle festhalten. Und das ist ein Fail ist. Das ist auf jeden Fall auch Fakt. So, Haidara, bist du Trayble? No, bist du nicht. Dann der schönen Discard und rein zum nächsten Pack. So, 34 ist jetzt noch auf der Liste. So, wie sieht es hier hinten aus? Ah, guck mal, hier sind die 4,8. Ja, die Packs werden wir auf jeden Fall schön aufbewahren. Sehr, sehr nice. Das heißt aber, im Umkehrschluss, tradable-mäßig dürften wir auch nicht mehr viel haben. Vielleicht erfüllen wir gerade hier noch diese Gold Packs, die Gold angezeigt werden. Moment. Aha, immer dieses Lippadadores-Flair-Geschichte-Zeugs. Das ist absoluter Troll. Muss man halt sagen, wie es ist. Ja, ist, ja, als Manager auch am Start. Perfekt. So, wieder 2 auf die Transfer. Ist der Primo Gold Probe Pack, 80 Plus garantiert. Selbst die D-Packs haben wir schon Icons gezogen. Was wird es diesmal? Ja, 84er, Moreno, 83er. Auch hier wieder ein bisschen was an tradable-Spielern. Sehr nice. Nice spec, come on. Ah, ich weiß gar nicht, ob wir Ice oder Fireflair jemals sehen werden. Also, wie gesagt, es ist einfach Fakt. Das habe ich die Tage, wo ich auch schon gesagt habe. Es ist, oder es spricht alles dafür, dass es einfach so eine Lücken-Probo ist. Ja, so eine Lücken-Füller-Geschichte von die Ace-Seite aus. Ist leider so. Ist leider tatsächlich so. Naja, aber jetzt müssen wir abwarten. Sind die überhaupt eine Woche in Packs? Das müssen wir gleich einmal konkret uns anschauen. Das wäre natürlich auch nochmal witzig, wenn die jetzt noch nicht mal 7 Tage in Packs werden. Aber, ich habe euch eben am Anfang des Videos das Team gezeigt, oder jetzt eben auch nochmal. Ich finde, lasst mich gerne eure Meinung dazu wissen. Ich finde, Team 2 ist wesentlich besser, und der Medium-Lease ist ja noch nicht draußen, als eben Team Nummer 1. Was ist eure Meinung? Schreibt es mir gerne mal rein in die Kommentare. Bin mal gespannt, wie ihr das Ganze seht. Aber ich finde schon, oder? Also, ich finde irgendwie schon. Ich finde, das sieht irgendwie besser aus, ist besser, und Team 2 wesentlich interessanter, als dann das erste. So, jetzt kommen wir tatsächlich mal nach ganz hinten durch. Aha, aha, da haben wir doch noch ein paar Packs. Da haben wir doch noch ein paar Packs. Öfter machen wir die beiden Tradables noch hier. Frankreich, ZDM. Ah, das habe ich jetzt nicht mehr gesehen. Oh, was blaues. Oh, gee, ernsthaft. Da ist die Transferliste schon voll. Komm, machen wir die zwei noch Discard. Und dann das letzte Tradable-Pack auf, und die können wir dann schön alles zum Team of the Year wunderbar ziehen. Sehr, sehr nice, die Geschichte. Jumbo-Primo-Gold-Pack. Ach, come on, ey. Argentinien, ZDM. Was ist denn hier los? Also, jetzt mal ernsthaft. Was ist denn hier bitte los? Rodriguez als Besten. Zack, was ist hier los, Friends? So, Freunde. Um den Rest kümmere ich mich dann gleich natürlich. Aber, wie gesagt, die restlichen Packs, die ich euch eben gezeigt habe, die sind mir dann doch ein bisschen zu schade. Auch wenn FC vs. Team 2 wirklich sehr, sehr gut aussieht. So, Freunde. Also, warten wir ab, bis Teleth dann offiziell auch in Packs ist. Wahrscheinlich, wie gesagt, im Mini-Release unterwegs. Wir gehen rüber, und zwar gemeinsam jetzt zu Footbillen, schauen uns natürlich gleich konkret das Team an. Aber, wir haben einen weiteren EA-Fail, und zwar gibt es hier eigentlich einen Link eben zu dieser Website, die offizielle EA-Seite. Da haben wir aber eben nur Team 1 gelistet. Da hatten wir ja letzte Woche auch schon das Problem, dass wir Olmo, dass wir, wie war es, Fabinho war es noch? Upamecano, genau, und Firmino, nicht Fabinho, Firmino hatten, die ja eben dann als Mini-Release am Folgetag gekommen sind. Deshalb wäre es jetzt sehr, sehr interessant, eigentlich mal zu sehen, was hier in Team 2 eben drin ist. Wird aber leider nicht angezeigt. Das heißt, hier ist auch ein Fehler mit Team 2. Da werden wahrscheinlich dann alle drin sein, die auch im Mini-Release sind. Wir können aber festhalten, Alex Helle sollte eigentlich einer definitiv davon sein. Dann nochmal kurz zur Evolution-Geschichte. Also, hier habe ich mir mal aufgemacht, wir haben tatsächlich festhalten, Freunde, über 3,5 Millionen Spieler als Option hier tatsächlich verfügbar. Aber andersrum haben wir bei der Skill-Move-Training-Geschichte 5,5 Millionen Spieler zur Verfügung. Das ist natürlich wirklich Wahnsinn. Wie gesagt, wir werden das morgen definitiv weiter bequatschen und uns das dann anschauen, wer vielleicht die besten von diesen beiden Evolutions-Geschichten sind. Wird ein interessantes Video, aber jetzt zurück zu Fire vs. Ice Team Nummer 2. So, da machen wir den Anfang bei Javi. Erstmal bei der SPC, 4 Sterne, 5 Sterne, 5 Sterne, 4 Sterne, die ZM-Karte. Wir haben einen Preis von ungefähr 230.000 Mütze, jetzt kurz nach 19 Uhr. Team of the Week Player Pick, falls er Team of the Week braucht, natürlich immer reingehen. Ja, quasi grinden und craften, das ist auf jeden Fall gut, ja. Pulisic, kommen wir zu den Pyrotems und Zolenki. Hm, weiß ich nicht. 100k, tatsächlich über 100k für Pulisic. Hm, schwierig und 80k, dann auch Zolenki. Ernsthaft? Das ist sehr, sehr viel. Flügel. Also das ist preislich schon sehr teuer. Da müssen wir auch ehrlich sein. Und insofern wird das auf jeden Fall, sag ich mal, nicht günstig. Gut, Javi natürlich auch nicht auf der anderen Seite. Aber ich glaube, die Pyrotems, falls ihr da Interesse habt, guckt euch die einfach selber an. Ich würde tatsächlich die Finger von weglassen. Dann gucken wir uns jetzt mal Javi an. Wie sieht's da aus? Also wie gesagt, als linker Flügel haben wir den zwar als Option, natürlich nicht als linker Flügel den Versuchung zu spielen mit diesen Stats. Das ist offensichtlich, sondern vielleicht dann eben natürlich irgendwie, ja, quasi als Startformation als linken Flügel machen und dann ingame eben zentral stellen. Das ist die Option für ihn, der es dann vorhanden ist. Und natürlich für die Zelle Position, Shadow oder Anchor, definitiv offensichtlich, was sehr, sehr gut ist. Ja, wir haben 92 Pace dann hier bei der Ice-Version zum Beispiel am Start. Wenn wir uns dann anschauen, wie es mit dem Anchor aussieht, warum wir den Anchor am Start, äh, der Wego Mostly Explosive. So, dann können wir noch die Füße mitnehmen und halt den in Anführungsstrichen mehr ausgeglichen machen. Aber ich glaube, tatsächlich, dass die Feuerversion, genauso wie es auch bei Sterling der Fall war, interessanter möglicherweise ist. Ja, ist so ein Gefühl, aber ich glaube, es könnte interessanter werden. Mit Fünf-Stern-Fähigkeiten, Playstyles, wie gesagt, ich glaube, die Base-Karte, kann ich mir nicht vorstellen, dass die, also wesentlich, ja, die hatten die Hälfte. Vier Stück, Digitarka, Slide-Tangle, Rapid, Relentless. Also, dass das natürlich ein allgemeines Upgrade ist, auf jeden Fall. Wo ich nur ein kleines, feines Problem habe, ist mit der Tatsache, dass wenn wir uns bei Barcelona mal anschauen, auf dieser Z-M-Position, dass sehr, sehr viele wahrscheinlich eben entweder von den Frauen halt eine volle Top-Karten haben, Botejas oder Goyaro beispielsweise. äh, Bonmarti auch noch hat sich mit eingezählt. Pedri, hatte ich eben auch schon mich versprochen, wäre auch eine Option, mit Forster, Forster auch nicht schlecht. Und eben De Jong haben viel gemacht. Und außerdem QD ist ja auch noch auf der Position beispielsweise gekommen. Also, das ist das, was meiner Meinung nach quasi bei dieser SPC irgendwie nicht ganz rund ist, äh, dass wir eben eigentlich, sag ich mal, jetzt komplett Barcelona, Frauen und Männer mit inkludiert, äh, dass wir auf der Position eigentlich schon gut besetzt sind, ja. Auch gerade, wenn ich jetzt Barca-Fan wäre, würde ich sagen, hm, Javi wäre jetzt so die schlechte, äh, die letzte Option oder Position, die ich gebraucht hätte, weil da habe ich schon De Jong zum Beispiel und QD stehen oder De Jong und Potejas, wenn ich jetzt einen reinen Barca-Squad zum Beispiel hätte. Insofern wäre das für mich so ein Punkt, wo ich sagen würde, hm, ist das jetzt die Position, die wir hätten haben wollen? Dann hätte ich doch lieber eine andere SPC als Javi gesehen. Aber ich weiß nicht, wie Euromang dazu ist, ähm, linkmäßig haben wir natürlich gar keine Probleme. Vor allen Dingen jetzt haben wir auch noch Felix, ebenfalls von Barcelona am Start. Können wir da direkt mal mit weitermachen und gerade konkret die Karte mal anschauen. Also mit den Eiskarten und den vorher Versionen mit Charleston, Günther, wie gesagt, hier haben wir Günther drin, Tomori, Felix, Rüdiger, Renard, sehr, sehr nice. Und dann eben auch die Second Positions uns anschauen, ne, Positions-Upgrades sind natürlich auch wieder mit drin. Fangen wir mit Rich Charleston an, äh, 4-Sterne, 5-Sterne haben einmal als linker Flügel, schräg, schräg, rechter Flügel und dann die Stürmer-Version bei der Eis-Geschichte am Start. Da sehen wir natürlich bei der Stürmer-Version wesentlichen Schuss-Upgrade, plus 5 und Physis wesentlich höher. Dafür bei den anderen haben wir ein bisschen was weggenommen, vor allen Dingen bei passen. Da ist wesentlich die, äh, Feuer-Version besser bei 82. Also da sehen wir quasi passend zur Position quasi den Wechsel. Gehen wir ein Step weiter und zwar zu der Karte, die Impact ist, aber sonst nötig, wo angezeigt wird, natürlich einer von den schlechteren. Die Freiburg-Fans werden sich natürlich trotzdem sehr, sehr freuen, denke ich mal, über diese Karte. Da können wir, glaube ich, definitiv schon mal einen Haken hinter machen. 90-Stamina ist schon mal sehr sympathisch. Und dann natürlich auch die offensichtlichen Shadow oder Encore natürlich drauf. Shadow 97 Pace mit Encore, dann nehmen wir noch die Physis mit bei 90 dann. Forster, Forster auch sehr nice. Und die 970er-Grade-Karte hatte 3 Sterne, 2 Sterne. Mal gucken, ob die auch 4-4 hat. Ja, oder auch 4-4. Also insofern das natürlich gerade für Freiburg-Fans oder für den Bundesliga-Squad. Auf jeden Fall eine Karte, die man mitnimmt. Aber eben jetzt keine von den Besten der Besten. Dann haben wir Tomori. Okay, der zählt natürlich auf jeden Fall einer zu den Besten mit dem Tempo, mit der Def und mit dieser Physis. Der hat interessanteweise eine ZDM-Karte bei der Eis-Geschichte am Start. Und das könnte sehr, sehr interessant werden. Wir gucken hier mit dem Encore drauf. 95, oh, oi, 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 oi. Und 90er-Physis am Start. 3 Sterne, 4 Sterne, England, Milan-Link, sehr, sehr attraktiv. Mit einem Shadow, 95 Pace, 96 Dev, brutal. Und dann die IV-Karte, sprich also tatsächlich die Feuer-Version, die natürlich dann nochmal eine ganz... Ah, okay, weniger Reactions, leider keine 94 wie die andere Karte. Okay, passen auch geringer. Aha, und Dribbling, okay. Also das heißt, das passt dadurch wieder zur ZDM-Karte etwas höher sozusagen. Aber ihr seht auch im Vergleich zu Pace, Dev und auch kein Unterschied. Aber bei der Physis eben wesentlich. Da hat 93... Bei der anderen... Also das ist doch geisteskrank. Bei der anderen 93... Ist das normal? Oh, ei, 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 ei. Freude, Freude, Freude. 93 auf der Dev. Holy smokes. Also Wahnsinn. So, was haben wir hier natürlich auch? Encore, die Karte. Ja, sehr, sehr nice. Und auf der anderen Seite haben wir... Warum Shadow, da, zack. Auch sehr, sehr nice. Aber da können wir schon mal einen Haken hinter machen. Eine der Top-Karten. Dann haben wir Felix mit 4-Star, 5-Star, beziehungsweise 5-Star, 4-Star. Auch hier auf der Karte als ZF... ZF, beziehungsweise Mittelstürmer im Deutschen. Und Links ist er auch unterwegs. Also das machen sie gerne. Entweder links oder als Stürmerkarte. Und dem einen quasi dann mehr passen geben als dem anderen sozusagen. Ja, und quasi dem Stürmer dann mehr Schuss geben. Das haben wir eben bei Richard schon gesehen. Aber ich glaube bei Felix, aufgrund der Tatsache der Links, ja, zu Cancelo, den auch viele geerot haben, unter anderem... Da brauchen wir gar nicht drüber umreden. Das ist eine Top-Karte. Brauchen wir uns gar nicht weiter anschauen, ja. Rüdiger genauso. Also wir haben eine ZM genauso wie ZDM-Karte bei ihm. Also da auch quasi ähnlich wie bei Tomori. ZM-Karte hat 90 Reactions. Weniger Reactions die E4-Karte. Also auch da alles quasi ähnlich und gleich. Und natürlich sieht es extrem gut aus. Und die Links, da brauchen wir gar nicht drüber umreden. Das ist natürlich auch perfekt. Renat, 75 Tempo. Die Informate 70. Und die hat jetzt die ZDM-Karte auch hier wieder. Ja, IV-ZDM. Identisch geblieben. Temporärlich gehofft tatsächlich, dass mehr Tempo auf sie draufkommt. Aber ich weiß nicht. Vielleicht bekommt sie ja tatsächlich eine Team-of-the-Year-Karte. So ist in die Richtung. Mit ordentlich Pastern. Aber sonst auch hier das Gleiche wie halt mit anderen IV-Karten. Enko oder Shadow. Die Sachen, die man draufknallen will. Wenn man sie denn dann überhaupt spielt. Lawrence, die nächste Frau. Links-Verteidiger oder rechts. Also links wie rechts die Karte. Unterwegs plus zwei. Upgrade. 4-Star. 4-Star. Ist auch nice. Aber auch auf beiden Karten, wenn ich es richtig gesehen habe. Jawohl. Sehr nice. Ist auch keine von den besten Besten. Aber nehmen wir mal mit als SPC. Und dann einmal Gagbo am Start. Mit auch wieder den neuen Stern. Da haben wir... Was haben wir denn? Der Link ist... Ist das schon wieder das Gleiche? Ey, Freunde. Das ist ja überall identisch. Entweder links beziehungsweise rechte Seite oder zentral positioniert. Beide haben 4-Star, 5-Star. Ah, da ist es geswiped. Da ist es okay. 4-Star, 5-Star und 5-Sterne, 4-Sterne. Fähigkeiten und schwacher Fuß quasi einmal umgedreht. Auch hier sonst die Schussfälle sind besser bei der Stürmerkarte. Und dann passend besser und Dribbling, beziehungsweise auch Physis bei der linken Flügelkarte. Dann haben wir Hotri. Da muss ich euch ehrlich sagen, da verstehe ich nicht 100% den Position Change. Denn wir haben quasi auf beiden identische Karten. Also beziehungsweise er hat Base ZM, ZDM als Second. Und das Ganze einfach umgedreht. Quasi auf der Feuerwehrgeschichte. ZDM hier, ZDM da. Den Position Change verstehe ich jetzt nicht so wirklich. Ja, der macht absolut... Oder ist eigentlich gar nicht vorhanden, nicht existent. Oh, warte mal. Hotri. 3-Stelle, 4-Stelle auf 4-Stelle, 4-Stelle geupgradet. Beide Karten. Hello. Beide Karten. 1-7 auf dem Markt schon. Ach du, Alarm. Oh mein Gott, den will ich mir gar nicht anschauen. Den will... Oh mein Gott. 97, Direction, 95, Ballkontrolle, 92, Composure. Wer rettet uns, Freunde? Wenn der jetzt auch noch eine Team-of-the-Year-Karte bekommt, ne? Die dann noch besser ist. Dann weiß ich gar nicht mehr, ob ich noch zocken will. Um ehrlich zu sein. Boah. Also das sieht schon wild aus. Die Karte sieht schon sehr, 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 sehr wild aus. Und beide halt auf identischem Preis, weil sie nehmen sich ja nicht viel. Die klauen sich auf der einen Seite was, geben sich aber wieder auf der anderen Seite was. Hier, ihr seht das. Vom Schuss her dann besser, der andere aber dann passen. Pace, Dribbling. Also das ist geben und nehmen quasi. Und das sind dann nur Aus- und Plus-Eins, Plus-Zwei macht keine großen Unterschiede. Er hat halt, er hat die Körpergröße, hat dann die Forster, Forster, Spanien, Premier League, City Link. Alles, was du haben willst. Also das wird sehr, sehr nice. Rashford, brauche ich auch nicht drum herum reden. Fünf Sterne, Dreisteine hier. Fünf Sterne, Dreisteine auch auf der anderen Karte. Auch hier wieder identisch. Entweder Zentralstürmer oder eine Außenkarte. Das kennen wir auch jetzt schon. Und hier auch das Gleiche. Also, ne? Außen halt mehr Dribbling sozusagen als die Stürmerkarte. Die Stürmerkarte dafür dann einen besseren Schuss. Und wie gesagt, das sind dann auch Nuancen. Kennt ihr? Rashford, top. Come on. Der war ja schon letzte Woche geleakt worden. Auch hier die Fünf Sterne, Drei Sterne. Auch hier alles identisch. Und haben wir hier auch das Gleiche. Oder Rechts- und Linkswechsel. Rechts- und Linkswechsel. Linker Außenverteidiger ist auch mit dabei. Ah, und rechts. Okay. Okay, also das heißt, wir können da auf jeden Fall in Bezug auf Teambuilding definitiv ordentlich was anstellen. Und, oh, Physis. Sehen wir hier einen immensen Unterschied mit der Vier. Der Rest zwei, drei, eins. Zehn Aggression, die da auf jeden Fall auffallen. Aber sonst auch alles sehr, sehr nice. Und dann haben wir den Sanchez noch. Auch hier wahrscheinlich wieder Stürmer und linker Flügel. Nee, in diesem Fall ist es, oh, hier linker Flügel ist tatsächlich dabei. Z- und Karte. 70K. Fünf Sterne, vier Sterne. Bzw. Vier, fünf. Ja, und da ist auch wieder geswiped. Also Fähigkeiten. Fünf, vier, die Fire-Version. Und vier, fünf, die Eis-Version. Z- und Karte. Linker Flügel. Und die andere eine Stürmer-Mittelstürmer-Position. Ja, und dann auch hier das Gleiche. In grün sozusagen. Der andere hat mehr Schuss. Dafür der andere dann mehr Dribbling-Passen. In dem Fall auch fünf Dev als Unterschied. Also ihr seht, alles sehr, sehr ähnlich, was das betrifft. Ich finde aber, und wir sind die Karten ja jetzt alle durchgegangen. Und das können wir, glaube ich, festhalten für den heutigen Tag. Einfach grundsätzlich Team 2 wesentlich besser als Team 1. Auch wenn in Team 1 natürlich ein Name dabei war. Son war auch nice. Marta und so weiter und so fort. Aber von vorne bis hinten. Wir haben halt jetzt keine Low-Low-Rated-Spieler. Sisoko wollte keiner. Spina Sola wollte keiner. Olmo wollte keiner. Ascenso wollte auch keiner ziehen. Morata wollte keiner ziehen. Also da ist insgesamt jetzt von vorne bis hinten meiner Meinung nach auf jeden Fall grundsätzlich ein besseres Team vorhanden. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, wie sie den kleinen Feinfeld von EA quasi jetzt lösen. Ich habe, wie gesagt, noch nichts gelesen bei Social Media und Co. Falls ihr schon was wisst, schreibt es gerne in YouTube-Kommentare. Schreibt mich über Instagram an oder so. Und dann werde ich es euch wieder auch in die Story einmal posten, falls da was Neues sein sollte. Ja. Tel ist auf jeden Fall hier ingame als Anzeige und im Loading-Screen. Aber eben nicht zu ziehen. In Pext. Mal wieder ein kleiner Fein EFL. Wenn das natürlich zum Team of the Year passiert, dann gute Nacht, Marie. Ich hoffe aber nicht, dass das zum Team of the Year passiert. Weil dann, keine Ahnung. Dann können wir komplett den Laden schließen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe, dass das Video noch nicht gefallen. Wenn ja, lasst gerne liebe Darts-Support. Und dann sehen wir uns gerne morgen. Entweder beim Evo-Video oder zum Abend-Video. Schaltet ein. Euer Flo von Achi Gaming. Ciao Leute.